Ja, hier die Breitseite quasi einmal quer rüber über den Tigris nach Hassankehe. Hier ist es mittlerweile Ausflugsplattformen. Da wird eingehaust und hier, wo wir jetzt rechts hinkommen, da haben sie sowas wie eine Arena gebaut, so ein Amphitheater, ganz neu, wo man sozusagen auch direkt auf Hassankehe geblickt. Das war da, wo wir 2008 mit Tarkan die Pressekonferenz gemacht haben. Das ist also was. Die bauen das, um quasi den Untergang zu beobachten. Oder ich weiß es nicht. Untergangs-Tourismus. Der Storch ist auch schon nicht mehr oben auf dem Turm. Alle verlassen nach Sankhehe. Afterwards, das ist auch nicht mehr oben. Untertitelung des ZDF, 2020